Heute habe ich viel erlebt. Jeden Tag, da habe ich Post für Gott. Am besten schicke ich sie gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott! Dazu brauchst du kein Handy und auch kein Telefon. Nur ein offenes Herz zerspricht, ja, das brauchst du schon. Ich habe Post für Gott. Jeden Tag, da habe ich Post für Gott. Am besten schicke ich sie gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott! Alles, was ich heute erlebte, alles, was geschah. Manchmal bete ich alleine, manchmal mit Mama. Ich habe Post für Gott. Jeden Tag, da habe ich Post für Gott. Am besten schicke ich sie ihm gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott! Alles, was mich traurig macht und alles, was mich schafft, lege ich in deine Hand und gib mir wieder Kraft. Ich habe Post für Gott. Post für Gott! Jeden Tag, da habe ich Post für Gott. Am besten schicke ich sie ihm gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott! Alle Menschen, die ich liebe, alle Menschen, die ich liebe, halten deinen Arm. Dass sie nicht vor Kälte frieren, halten sie alle warm. Ich habe Post für Gott. Post für Gott! Am besten schicke ich sie ihm gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott! Ich habe Post für Gott. Jeden Tag, da habe ich Post für Gott. Am besten schicke ich sie ihm gleich sofort, denn ich habe Post für Gott. Post für Gott. Bis morgen, deine Lisa. Bis morgen.